Ja, dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zum Vortrag, das darf man ja wohl noch sagen. In diesem Vortrag wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen die Arten von diskriminierender Sprache anschauen und wir wollen Ihnen Beispiele geben, in welchen Bereichen wir eben auf Diskriminierung durch Sprache treffen und überlegen, was wir alle dafür tun können, um eben Ausgrenzung durch die Art, wie wir kommunizieren, zu verringern und zu einer diskriminierungsfreien Sprache beizutragen. Sarah, wenn du einmal weiter klickst. Genau, dafür stellen meine Kolleginnen und ich Ihnen vier große Themenbereiche vor und wir wollen zeigen, wie wir alle ganz oft unbewusst eben mit unserer Sprache diskriminieren und möchten Sie eben für diese Stolperfallen sensibilisieren. Und dafür schauen wir uns die Bereiche der ableistischen Sprache, der gegenderten Sprache, der rassistischen und der antisemitischen Sprache an. Und wir freuen uns dann auch darauf, im Anschluss uns noch in einer Fragerunde mit Ihnen auszutauschen. Genau, aber bevor wir eben mit dem ersten Thema dann auch beginnen, möchte ich uns kurz vorstellen, wer wir sind und warum wir eben überhaupt über Sprache sprechen. Sprache beziehungsweise Sprachen aller Welt, das sind unser täglich Brot. Also meine Kolleginnen und ich, wir arbeiten jeden Tag daran, mit und durch Sprache Menschen weltweit zu verbinden und international tätigen Unternehmen Zugang zu Zielmärkten auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Wir sind tätig für die OneRed GmbH, das ist ein in Böbling ansässiger Sprachdienstleister, also gemeinhin auch als Übersetzungsagentur oder Übersetzungsbüro bekannt. Aber dabei beschränken wir uns gar nicht so sehr auf Übersetzungen, sondern wir, das sind 35 MitarbeiterInnen am Standort Böbling und ca. 850 ÜbersetzerInnen weltweit, bieten eben unseren Unternehmenskunden alle erdenklichen Leistungen rund um Sprache an, von eben Übersetzungen hin zu Untertiteln, zum Dolmetschen, zu Lektoraten und so weiter und so fort. OneRed ist Gründungsmitglied des Landkreises Böbling bleibt bunt e.V. und engagiert sich mit ehrenamtlichen Übersetzungen, zum Beispiel für das Kinderhilfswerk NPH. Meine Kolleginnen und ich sind aber auch über unsere Arbeit hinaus ziemliche Sprachnerds. Wir sind alle studierte SprachwissenschaftlerInnen oder ÜbersetzerInnen und arbeiten alle seit fast zehn Jahren in der Sprachbranche. Genau, mein Name ist Nicole Sixdorf. Ich bin studierte Sprach- und Kulturwissenschaftlerin im Bereich Japanologie und Ostasienwissenschaften und bin bei OneRed die Fachleitung für den Bereich des Partnermanagements. Das heißt, ich betreue die eben erwähnten ca. 850 ÜbersetzerInnen weltweit. Genau, dann überlasse ich meinen Kolleginnen noch das Wort, sich auch persönlich vorzustellen. Dann mache ich doch direkt einfach mal weiter. Mein Name ist Karin Klein. Ich bin studierte ÜbersetzerIn für die Sprachen Portugiesisch und Englisch und habe hier eine Teamleitung für ein Projektmanagement-Team inne. Ja, und dann mache ich gleich noch weiter. Mein Name ist Sarah Cantaro. Ich habe Kultur- und Sprachwissenschaften studiert und bin bei OneRed als Leitung im Marketing, war aber auch vorher fast zehn Jahre im Projektmanagement. Und ich habe die Sprachen Englisch, Italienisch und Französisch studiert. Gut, dann fehle ich noch. Mein Name ist Sylvia Schumacher. Ich bin seit über zwölf Jahren in der Branche und bei OneRed auch seit gut zwölf Jahren jetzt. Ich bin auch studierte ÜbersetzerIn, habe Englisch und Französisch studiert, habe jetzt auch eine Teamleitung hier, komme aus dem Projektmanagement und bin jetzt eher auf die Technik spezialisiert. Genau, dann haben sich alle vorgestellt. Und damit kommen wir dann auch schon zum ersten Thema, nämlich der ableistischen Sprache. Und da möchte ich mit ein paar Fragen starten. Sarah, kannst du die nächste Vorher schon? Dankeschön. Genau, und zwar, einfach mal in die Runde gefragt, stoßen Ihre Vorschläge auch manchmal auf taube Ohren? Denken Sie manchmal vielleicht auch PolitikerInnen sind oder einige PolitikerInnen sind auf dem rechten Auge blind? Oder sind Sie ab und zu auf verrückten Partys ganz vorne dabei? Also, Sie sehen, wir alle nutzen ableistische Sprache oft unbewusst, weil uns die Begriffe und Sinnbilder, wie eben erwähnt auch, und Phrasen ganz natürlich erscheinen. Die wurden eben von Generation zu Generation so weitergegeben und haben sich eben über die Laufe der Jahre in unserer Sprache verfestigt, zu Lasten eines großen Anteils der Bevölkerung, die eben durch diese Sprache stigmatisiert und vom Normal ausgegrenzt wird. Nächste Folie, bitte. Genau, und da sprechen wir vom sogenannten Ableismus. Das ist die bewusste oder unbewusste Diskriminierung von Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten für die Ungleichbehandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen findet sich auch oft der Begriff des Sarnismus. Aber ob jetzt Ableismus oder auch Sarnismus, beide haben gemein, dass sie eben eine Bewertung des Menschen vornehmen aufgrund eben einer wahrnehmbaren Eigenschaft oder Fähigkeit. Also kann zum Beispiel jemand gehen oder kann jemand sehen oder kann eben jemand nicht gehen und nicht sehen. Es wird also auf oder es wird ab und aufgewertet, aufgewertet. In dem Sinne kann man sich das vorstellen, dass eben nicht positiv konnotiert, sondern negativ konnotiert. Zum Beispiel, wenn er eben behinderte Menschen für die Erledigung alltäglicher Aufgaben lobt. Also zum Beispiel, wow, dass sie trotz ihrer Sehbehinderung ihren Namen schreiben können, das ist ja fantastisch. Also das wäre zum Beispiel eine Aufwertung. Der Begriff Ableismus, der leitet sich vom Englischen be able to ab oder zu Deutsch fähig sein, etwas zu tun. Und da schließt sich die Ändung des Ismus an und damit wird eben immer ein bestimmtes Gedankensystem beschrieben, ähnlich wie beim Rassismus und beim Sexismus, über den meine Kolleginnen dann auch noch gleich sprechen. Also kurzum, beim Ableismus gehen wir von einem physischen oder psychischen, also körperlich oder geistigen Idealzustand aus. Wir haben zwei Arme, wir haben zwei Beine, wir haben eine bestimmte Größe und bestimmte Fähigkeiten. Also wir können sehen, wir können hören, wir können lesen und rechnen. Und diesem vermeintlichen Idealzustand, dem werden eben chronisch Kranke oder behinderte Menschen in dieser Form nicht gerecht. Und daraus ergeben sich eben im Alltag dann strukturelle Benachteiligungen von behinderten Menschen, eben durch bestimmte Verhaltensweisen, durch Strukturen und eben auch durch Sprache. Und das findet sich in direkter Form, eben Gewalt gegen behinderte Menschen, Beleidigungen oder auch gerne auf die Missachtung der Eigenbestimmungen. Also zum Beispiel, wenn man Rollstuhlfahrerinnen einfach anschiebt und denen sozusagen ein Recht auf Selbstbestimmung in dem Moment wegnimmt. Oder eben durch Strukturen, wo eben behinderte Menschen keinen Zugang bekommen und ausgeschlossen werden. Also fehlende Rampen, fehlende akustische Warnsignale, keine Behindertenparkplätze, die allseits bekannten kaputten Aufzüge. Und das fällt unter dem Großbegriff der Barrierefreiheit, die da eben fehlt. Und Barrierefreiheit, das heißt eben nicht nur rollstuhlgerecht, sondern es widmet sich generell dem Abbau von Barrieren. Also das heißt eben auch eine technische Barrierefreiheit im Internet, das Bereitspitteln von Gebärdensprachendolmetschern und Dolmetscherinnen, Breilschrift, also die Blindenschrift, leichte Sprache, einfache Sprache, aber eben auch sowas wie Geduld und Zeit. Warum ist das so wichtig? In unserer Gesellschaft treten behinderte Menschen kaum auf, sie sind kaum sichtbar, außer wenn es dann mal wieder die Paralympics im Fernsehen zu sehen gibt. Man muss sich aber bewusst machen, dass es weltweit ca. eine Milliarde Menschen mit irgendeiner Art von dokumentierter Behinderung gibt. Das sind 15 Prozent der Weltbevölkerung und in Deutschland sind das knapp acht Millionen Menschen. Wenn man das mal umrechnen will, das wäre zum Beispiel 13 Mal die Größe von Stuttgart. Also Hebelismus ist bei Weitem kein kleines Problem. Und der Kern des Problems, den habe ich in einem Zitat mal mitgebracht von einer Betroffenen, die sich da äußert, Sarah Nowitsch, die in einem Artikel für die BBC das wie folgt zusammengefasst hat. Sie sagt, ich mag es, taub zu sein. Ich mag die Stille und die vielfältige Kultur und Sprache, die mir Taubheit bringt. Wenn ich das Wort taub auf einer Seite lese, dann löst es in mir ein Gefühl von Stolz auf meine Gemeinschaft aus und es spricht mich an, als würde es sich direkt an mich wenden, als sei es mein Name. Deshalb schmerzt es immer, wenn ich daran erinnert werde, dass für viele das Wort taub nichts damit zu tun hat, was ich liebe. Tatsache ist, dass seine Konnotationen fast immer ausschließlich negativ sind. Und wie eingangs eben auch das Beispiel auf taube Ohrenstoßen erwähnt hat, knüpfen wir eben rein negative Eigenschaften an solche Metaphern. Also, dass uns jemand ignoriert, dass wir nicht beachtet werden, dass jemand besser interessiert ist oder eben unser Unterfangen ergebnislos bleibt. Also, das sind eben genau diese negativen Konnotationen, die Sarah Nowitsch auch in ihrem Zitat beschreibt. Und da gibt es eben viele weitere Beispiele, wo wir eben, wir haben eine sehr wortreiche Sprache, die aber dann auch nicht nutzen, sondern uns eben auf diese ableistischen Begriffe beschränken. Sehr häufig finden wir das Wort dumm. Sarah, du kannst direkt mal auf die nächste Folie noch gehen. Finden wir das Wort dumm. Das verwenden wir eben, wenn wir schlechte Entscheidungen verspotten, zum Beispiel, oder wir rügen jemanden oder generell wir drücken Mangel an Klugheit aus. Und das ist eben eine Beleidigung für Menschen mit geistigen Behinderungen, mit Lernbehinderungen oder generell mit Neurodiversität. Und ja, meist steht der Begriff dann für ein Verhalten, das rücksichtslos, engstirnig, unbedacht oder zu gut Deutsch einfach scheiße war. Und wenn wir diesen Begriff eben verwenden, dann nehmen wir ganz klar eine Abwertung dieser Menschen vor. Genauso wie eben der Begriff verrückt. Das ist ja gerne der verbale Rundumschlag gegen jegliche Art von psychischen Erkrankungen, psychischen Behinderung und das nutzen wir eben, um zu sagen, okay, das ist schockierend, etwas ist unglaublich, überwältigend, bizarr, empörend oder skandalös. Wie am Anfang gesagt mit dem Beispiel eine verrückte Party. Wenn Sie sagen, Sie waren auf einer verrückten Party, dann wissen wir alle, Sie hatten eine gute Zeit. Aber was sagen Sie damit aus? Sie sagen damit aus, ja, die Party war wild. Sie war außer Kontrolle. Und diese Eigenschaften, die verknüpfen Sie eben damit dann an Menschen mit psychischen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. Genauso wie eben beim Wort Psycho, wo wir dann oft sagen wollen, etwas ist gefährlich, furchterregend, böse oder bedrohlich. Und das ist eben genau der Knackpunkt. Denn ableistische Sprache reproduziert eben diese Stereotype und Vorteile gegen behinderte Mitmenschen und bindet eben negative Assoziationen an ihre Identität, also an das Blindsein, an das Taubsein oder eben auch an das psychisch Erkranktsein. Aber ableistische Sprache sehen wir auch, wenn wir generell über Behinderung an sich sprechen. Da habe ich Ihnen auch mal ein paar Beispiele mitgebracht, woran das sich schön verdeutlicht. Zum Beispiel sagen wir ganz oft, eine Person leidet an einer Behinderung oder Erkrankung. Der Kern ist aber, ob jemand an seiner Behinderung leidet, das weiß nur die Person an sich. Die meisten Behinderten leiden nicht an ihrer Krankheit oder an ihrer Behinderung. Mit der haben sie sich arrangiert. Sie leiden dann eher an den Barrieren und an der Ausgrenzung. Genauso wie bei dem Satz, eine Person ist an den Rollstuhl gefesselt. An den Rollstuhl gefesselt sein, das heißt Hilflosigkeit, das heißt Ohnmacht. Der Rollstuhl ist aber für viele eben genau das Gegenteil, nämlich Bewegungsfreiheit. Und dann der Begriff Handicap oder gehandicapt, wenn wir über Behinderung und Behindert sprechen. Der Begriff ist in Deutschland immer noch sehr progressiv geprägt oder wird progressiv verstanden. Im Englischen ist er schon lange verschwunden, denn er leitet sich eben von oder erinnert an das Cap in Hand, also die Kappe in der Hand und assoziiert Behinderung mit dem Betteln. Es gibt aber noch diverse andere Euphemismen, die eben zur elbeistischen Sprache beitragen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, behinderte Menschen haben besondere Bedürfnisse, besondere Fähigkeiten oder sind andersfähig. Dabei sind aber die Bedürfnisse und Fähigkeiten von behinderten Menschen nicht besonders, sondern eben wie bei allen anderen Menschen eben vielfältig. Genau, die nächste Folie dann bitte, Sarah. Dankeschön. Ja, und Sprache, das ist auch das übergreifende Thema des ganzen Vortrags, soll ja zusammenführen und soll für Verständigung sorgen. Elbeistische Sprache, die schafft aber klare Barrieren und Ausgrenzung, eine Abwertung und einen Ausschluss und eben das permanente Reproduzieren von Vorurteilen. Ja, was können wir dagegen tun? Wir können eben Barrieren abbauen, indem wir uns klar machen, dass eben behinderte und chronisch kranke Menschen ein gleichwertiger Teil unserer Gesellschaft sind, indem wir auch ihre, sie und ihre Meinung ernst nehmen, Empathie zeigen statt Mitleid, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und uns eben unseren Vorteilen bewusst werden, mit denen wir eben ganz oft ganz unfreiwillig auch sozialisiert wurden. Und wir eben ganz wichtig nachfragen, statt zu vermuten, einfach zu fragen, okay, wie möchten Sie angesprochen werden? Und anstatt auch Behinderung anzuzweifeln, das ist zum Beispiel auch ein Thema, auf was viele stoßen, dass sie sich für ihre Behinderung teilweise rechtfertigen müssen, indem man dann zu hören bekommt, ach, sie sehen ja gar nicht behindert aus. Denn Fakt ist, vielen Menschen sieht man ihre Behinderung nicht an, gerade Menschen mit zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder Erkrankungen wie Morbus Crohn und so weiter. Genau, also kurzum, man sollte offen sein und aus seinen Fehlern lernen. Und wenn man eben darauf hingewiesen wird, dass man gerade ableistische Sprache verwendet hat, wenn man gesagt hat, etwas ist dumm, etwas ist blöd, etwas ist behindert oder etwas ist emotional verkrüppelt, dass man eben daraus lernt und es nicht als Angriff sieht, sondern als Chance begreift. Genau, damit sind wir auch mit dem ersten Themenblock durch und dann übergebe ich das Wort an meine Kollegin Sarah, die Ihnen was zur gegenderten Sprache erzählt. Dankeschön. Genau, also kommen wir zum Thema Gendern. Im letzten Jahr hat wohl kaum etwas die Gemüte erhitzt wie die Debatte ums Gendern, sogar bis in den Wahlkampf hinein. Und da war die Rede zum Beispiel von Gender Gaga, Krieg der Sternchen oder Verhunzung der deutschen Sprache. Und aber was bedeutet Gendern überhaupt und welche Möglichkeiten gibt es und wie lassen sich diese im Alltag gut umsetzen? Und um uns dem Thema mal von Grund auf zu nähern, kurz ein bisschen was zur Definition von Gendern. Gender kommt aus dem Englischen und bedeutet einfach Geschlecht. In unserem Kontext bezieht es sich aber nicht auf das biologische Geschlecht, sondern eben auf das soziale Geschlecht. Und Gendern wiederum meint die Anwendung der geschlechtergerechten Sprache. Und auch wenn in den vergangenen Jahren die Debatte auch im Mainstream angekommen ist, wird darüber schon seit den 1970ern diskutiert. Die Möglichkeiten zum Einsatz geschlechtergerechter Sprache sind auch vielfältig. Und ich stelle Ihnen jetzt ganz kurz die wichtigsten vor und beschreibe, warum sie weniger oder mehr oder weniger gut funktionieren. Also was wir schon immer genutzt haben, ist das generische Maskulinum, wenn wir eben beide Geschlechter ansprechen wollen. Beispiel, alle Teilnehmer sind anwesend. Hier werden alle anderen, also Frauen und nichtbinäre Menschen, einfach mit gemeint. Allerdings gibt es viele Studien in der Gender Linguistik, die belegen, dass das einfach nicht funktioniert. Es wird vorrangig immer an Männer gedacht. Einfaches Beispiel ist zum Beispiel die Frage, nennen Sie Ihren Lieblingssänger? Die Mehrzahl der Antworten werden männliche Sänger sein. Und auch der Duden hat diesen Erkenntnissen Rechnung getragen und hat Anfang 2021 in der Online-Version das generische Maskulinum abgeschafft und hat nun jeweils zwei Einträge für die männlichen und weiblichen Personen und Berufsbezeichnungen. Die nächste Möglichkeit wäre die Doppelnennung. Also alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind anwesend. Die Variante funktioniert sehr viel besser, weil zum Beispiel Mädchen sich Stereotype Männerberufe eher zutrauen, wenn beide Formen genannt werden und genauso auch andersrum. Und das konnte auch schon in zahlreichen Studien belegt werden. Aber bei der Doppelnennung steht eben auch das Geschlecht im Vordergrund, also männlich-weiblich. Und das schließt dann eben das ganze Spektrum von nichtbinären Geschlechtsidentitäten aus. Dann als dritte Möglichkeit dienen die generischen Begriffe ohne Geschlechtsbezug, die sogenannten neutralisierenden Formen. Um hier bei unserem Beispiel zu bleiben, alle Teilnehmenden sind anwesend. Das Geschlecht tritt hier in den Hintergrund und das soll ja eigentlich auch das Ziel sein. Denn Studien von genderneutralen Sprachen wie zum Beispiel Finnisch zeigen, dass Sprache auf jeden Fall zur Gleichberechtigung beiträgt. In diesen Gesellschaften sind mehr Frauen berufstätig, politisch aktiver und oft auch unternehmerisch tätig. Aber solche Formen werden im Deutschen dann oft als künstlich kritisiert und zudem kommt hier der sogenannte Male Bias zum Tragen. Also trotz, dass man einen geschlechtsneutralen Begriff nutzt, wird trotzdem an Männer gedacht. Dann Möglichkeit Nummer vier sind die Genderzeichen. Unser Beispielsatz würde dann lauten, alle TeilnehmerInnen sind anwesend. Beim Sprechen macht man eine kurze Pause, den sogenannten Glottisschlag, den es auch zum Beispiel schon bei Spiegelei immer gab. Genderzeichen gibt es auch verschiedene, zum Beispiel das Gendersternchen, den Doppelpunkt, den Unterstrich, den man auch Gender Gap nennt, das Binnen-I und noch weitere. Am verbreitetsten sind aktuell das Sternchen und der Doppelpunkt, wobei das Sternchen von der LGBTQIA-Plus-Community bevorzugt wird und der Doppelpunkt mittlerweile auch nicht mehr so ganz als barrierefrei angesehen wird, wie ursprünglich mal geglaubt. Hier sind einfach die Kritikpunkte, dass der Doppelpunkt für Menschen mit Sehbehinderung schlecht erkennbar ist und die Screenreader machen eine zu lange Pause beim Vorlesen. Genderzeichen funktionieren aber für die geschlechtsneutrale Sprache sehr gut, weil die Zeichen alle Geschlechtsidentitäten inkludieren. Forschung gibt es jetzt aktuell noch nicht, also beziehungsweise es wird geforscht, aber es gibt noch keine Ergebnisse. Und die letzte Möglichkeit aktuell sind die neuen Pronomen und Endungen, die aber außerhalb von bestimmten Communities noch nicht weit verbreitet oder bekannt sind. Zum Beispiel gibt es die Methode des Endgenderns nach Wettberg. Da werden etwa alle personenbezogenen Substantive mit das und der Endung Y gebildet. Also unser Beispiel dann wäre, alle Teilnehmers sind anwesend. Und Neopronomen sind zum Beispiel Xier oder X oder They aus dem Englischen. Und da würde man zum Beispiel schreiben oder sagen, anstatt er, sie nimmt teil, heißt das dann Xier nimmt teil, X nimmt teil oder They nimmt teil. Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal aufgefallen und wir haben das jetzt ja auch hier schon ein bisschen praktiziert, dass immer mehr Menschen in den sozialen Medien neben ihren Namen ihre Pronomen auch schreiben. Einfach damit das Gegenüber genau weiß, wie man angesprochen werden möchte. Bei den Neopronomen und Endungen wird einfach das Geschlecht komplett irrelevant und hier wird dann einfach auch die Zeit zeigen, ob sich das in der deutschen Sprache auch etablieren wird. Im Schwedischen ist das schon gelungen. Da wurde 2015 das künstliche und neutrale Pronomen HEN eingeführt. Das war zuvor schon jahrelang im Gebrauch, um nichtbinäre Menschen zu beschreiben und wurde dann eben offiziell in die Sprache eingeführt. Genau. Und jetzt möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen, wie wir das bei OneWord in die Praxis umsetzen mit möglichst einfachen Regeln. Zunächst mal konkret sein. Also wenn man das Geschlecht oder die Pronomen einer Person kennt, dann auch diese entsprechend nutzen. Dann Umformulierungen nutzen, indem man zum Beispiel die Tätigkeit und nicht die Person nennt. Also Beispiel wäre, um ärztliche Einschätzung wird gebeten, anstatt um die Einschätzung eines Arztes wird gebeten oder geschrieben von anstatt Autor. Genau. Dann geschlechtsneutrale Oberbegriffe nutzen, wie zum Beispiel Studierende, medizinisches Personal oder Lehrkräfte. Dann die Genderzeichen nutzen, soweit es eben grammatikalisch möglich ist. Oft bietet sich dann aber auch das Ausweichen auf Pluralformen aus, wie zum Beispiel bei KundInnen. Weil KundIn geht nicht, weil hier nämlich die männliche Form einfach nicht vollständig wäre. Genau. Dann Doppelnennungen nutzen, hatten wir auch schon. Vor allem dort eben, wo Genderzeichen grammatikalisch nicht möglich ist. Dann könnte man zum Beispiel bei uns am Beispiel Kunde zu bleiben, einfach schreiben Kunde und KundIn. Und dann kein Frauherr in der Kommunikation nutzen oder es zumindest vermeiden, wenn man mit unbekannten Personen zu tun hat. Da haben wir zum Beispiel bei unserem Newsletter jetzt angefangen, nur noch Hallo plus Vorname, Nachname zu schreiben. Genau. Und zu guter Letzt einfach Mut zur Lücke. Es muss nicht immer perfekt sein. Man muss einfach anfangen und es wird dann auch immer einfacher, die Sachen zu beachten. Genau. Abschließend kann man also sagen, dass Gendern wirkt, sichtbar macht und zu einer echten Gleichberechtigung aller Menschen beiträgt. Und das ist auch durch Studien belegt. Frauen werden sichtbarer und Kinder trauen sich zum Beispiel mehr Berufe zu. Zudem zeigen auch die Studien, dass in den nachkommenden Generationen immer mehr Menschen sich als queer oder nicht binär identifizieren. Und laut einer amerikanischen Studie haben sich sogar in den letzten zehn Jahren die Anteile verdoppelt. Hier sorgt also Gendern für mehr Offenheit und Akzeptanz gegenüber vielfältigen Geschlechtsidentitäten. Und auch in der Geschäftswelt ist es nicht irrelevant. Immer mehr BewerberInnen, KundInnen und GeschäftspartnerInnen achten darauf, für welche Werte ein Unternehmen einsteht. Und welche Firma kann es sich dann schon leisten, auf neue Talente oder Geschäfte zu verzichten. Es bleibt also spannend und wir werden sehen, wie sich Sprache und Gendern in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden. Und damit bin ich jetzt auch am Ende meines Teils und übergebe an meine Kollegin Karin. Ja, und ich mache weiter mit dem Thema rassistische Sprache. Rassismus und rassistische Sprache, das wissen Sie alle sicherlich auch, ist so ein umfangreiches und auch wichtiges Thema, bei dem man sich bei dieser kurzen Zeit, die wir jetzt heute zur Verfügung haben, wirklich nicht mit allen Facetten beschäftigen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen heute einen kleinen Überblick geben, vor allen Dingen über rassistische Sprache in unserem Alltag. Dessen man sich ja vielleicht nicht mal selber bewusst ist und auch gar nicht merkt, wie man durch einfache Worte oder auch Fragen, mit denen man Interesse zeigen möchte, zu einer Ausgrenzung auch beiträgt. Beginnen möchte ich dabei mit der Frage, was ist eigentlich Rassismus? Du kannst dafür auf die nächste Folie springen, Sarah. Danke. Hier sei aber auch gesagt, dass Rassismus, also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Schwerpunkte, mit denen Rassismus definiert werden können. Das heißt, das ist eine wirklich sehr verkürzte Definition vom Bundesamt für politische Bildung. Und zwar wird Rassismus dort vereinfacht gesagt als eine Art von Diskriminierung von Menschen definiert, die aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, ihres Namens und ihrer Sprache ausgegrenzt und abgewertet werden. In Deutschland betrifft es in erster Linie Menschen, die von der weißen Mehrheitsgesellschaft als nicht deutsch angesehen werden. Meistens durch äußerliche Merkmale. Dabei geht es auch nie um individuelle Fähigkeiten oder Eigenschaften, sondern es geht immer um das Beurteilen und auch um das Abwerten von einer vermeintlich homogenen Gruppe, die es aber so eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, Individualität und das Individuum an sich, das wird den Menschen abgesprochen in dem Moment, weil man alle sozusagen in eine Schublade steckt. Diesen Prozess nennt man Othering. Dazu erfahren wir mehr auf der nächsten Folie. Othering kommt aus dem Englischen, kommt von dem Wort Other, also zu Deutsch anders. Dabei werden Menschen, wie vorhin schon gesagt, nach äußerlichen, aber auch nach kulturellen Merkmalen in verschiedene Gruppen eingeteilt. In die sogenannte Wir-Gruppe einmal, also die Mehrheitsgesellschaft, und in die Gruppe die Anderen. Das jetzt auch ganz klar in Anführungszeichen. Und das macht man, um die eigene Gruppenidentität, also die Identität der Wir-Gruppe, zu bilden, zu stärken und auch als Norm zu definieren. Und dafür braucht es ganz klar eine Abgrenzung von dieser anderen Gruppe, in der die Anderen eben gesteckt werden. Diese sogenannten Anderen gelten dann immer als Fremde, Minderwertig und eben nicht der Norm entsprechend. Diese Abgrenzung und Abwertung schafft man unter anderem durch ungenaue und historisch belastete Sprache. Wir tragen alle dazu bei, meistens ganz unbeabsichtigt, also im Alltag, mit vermeintlich belanglosen Fragen. Auf der nächsten Folie, genau, wo wir jetzt schon drauf sind, habe ich auch ein paar Beispiele zusammengetragen, die vielleicht auch noch nicht ganz so bekannt und diskutiert sind, wie vielleicht andere Begriffe. Zuallererst haben wir den Begriff Fremdenfeindlichkeit. Jetzt habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass es diese zwei Gruppen gibt und die Wir-Gruppe, also die Gruppe der Mehrheitsgesellschaft, die Anderen immer als fremd darstellt, obwohl sie vielleicht gar nicht fremd sind, sondern sind Deutsche, die aber eine andere Hautfarbe haben oder wo die Eltern aus einem anderen Land kommen, zum Beispiel. Wir benutzen aber, also die Mehrheitsgesellschaft benutzt ganz oft das Wort Fremdenfeindlichkeit als Synonym für Rassismus. Und das ist falsch, also es sind keine Synonyme, weil man in dem Moment, wo man dieses Wort benutzt, weil einem vielleicht das Wort Rassismus unangenehm ist, weil in Deutschland tendiert man auch dazu, nicht über Rassismus sprechen zu wollen, weil das schlecht ist. Aber in dem Moment, wo man eben dann Synonyme verwendet, die Fremdenfeindlichkeit, findet eben auch wieder eine Ausgrenzung statt, weil die Menschen, die von Fremdenfeindlichkeit betroffen sind, sind in den meisten Fällen auch überhaupt keine Fremden und dadurch betitelt man sie eben als Fremde im eigenen Land. Und das impliziert, dass Deutsche mit einer anderen Hautfarbe einfach immer Fremde sein müssen oder Fremde sind oder keine Deutschen sein können. Bei den nächsten zwei Beispielen verhält es sich ähnlich. Bei dem ersten, woher kommst du, wo meistens die Antwort mit einer deutschen Stadt oder einer deutschen Region nicht ausreicht und dann nochmal gefragt wird, ja, woher kommst du denn wirklich? Um das auch nochmal ganz zu verdeutlichen, ist eben auch problematisch. Begründet wird die Frage auch immer mit Interesse und Neugier. Das mag vielleicht auch stimmen, aber was die Frage eigentlich nur impliziert ist, du kannst auf keinen Fall aus Deutschland kommen. Also woher kommst du wirklich? Bei der zweiten Frage ist ganz genau das Gleiche. Du kannst aber gut oder du kannst akzentfrei Deutsch. Ja, wenn man da nicht so drüber nachdenkt, dann könnte man vielleicht annehmen, dass man dem Gegenüber ein Kompliment machen möchte. Aber die Aussage ist eindeutig, dass die Person, die gerade akzentfrei ist, Deutsch mit mir als Fragensteller zum Beispiel spricht, nicht der Norm entspricht und eigentlich nicht akzentfreies Deutsch sprechen kann. Und deswegen muss ich halt ein Kompliment machen. Dadurch schafft man eben auch wieder eine Ausgrenzung, weil die Leute sind vielleicht Deutsche, sind vielleicht hier geboren, hier aufgewachsen und fühlen sich auch dieser Gruppe zugehörig. Aber man zeigt ihnen dadurch eigentlich nur, dass sie niemals Teil der Gruppe sein können, also der Wir-Gruppe. Das letzte Beispiel, ich sehe keine Hautfarbe, aber auch sowas wie All Lives Matter, was ja gerade durch die Black Lives Matter Bewegung in den letzten Jahren sehr oft zu hören war, in den Medien vor allen Dingen. Ja, ist eben, und darüber muss man sich im Klaren sein, eine sehr privilegierte Aussage. Also man muss sich diesem weißen Privileg, was man hat, wenn man so eine Aussage trifft, bewusst sein. Es ist vielleicht ja nicht gemeint, man möchte sagen, man möchte niemanden in Hautfarben unterteilen, aber das Einzige, was man dadurch erreicht, ist, dass Rassismus und die Strukturen, die dahinter stecken, unsichtbar gemacht werden. Aber damit wir diese Strukturen auch bekämpfen können und damit wir irgendwann vielleicht wirklich mal zu einer Gesellschaft finden, wo Hautfarben wirklich keine Rolle mehr spielen, müssen wir aber über das Thema reden und das auch ernst nehmen. Genau, und eben Leuten zuhören, wenn sie darüber sprechen und nicht mit so einer Aussage kommen. Damit komme ich dann jetzt auch schon zu meinem Fazit. In unserer Gesellschaft ist es ganz normal, dass wir Rassismus und Rechtsradikalismus zum Beispiel in eine Schublade stecken beziehungsweise das als Synonyme benutzen und gleichsetzen. Und deswegen geraten viele von uns immer eine Abwehrhaltung, wenn es darum geht, den eigenen Rassismus wahrzunehmen und anzuerkennen. Wir sind nämlich alle unweigerlich rassistisch sozialisiert worden, alleine durch Spielzeug, durch Filme, durch Bücher, wo man ja auch heute immer noch bestimmte Begriffe lesen kann, die historisch belastet sind und man lieber nicht mehr verwenden sollte. Aber man darf diese zwei Wörter nicht synonym verwenden. Das Wichtigste ist, dass man Rassismus ernst nimmt und anerkennt, dass er auch mit einem selber zu tun hat. Also, dass wir die eigenen Vorurteile und auch die Privilegien beziehungsweise die Weisenprivilegien anerkennt und reflektiert, auch wenn es weh tut, weil es tut auf jeden Fall weh, wenn man sich selber eingestehen muss, dass man rassistische Gedanken hat oder Vorurteile hat. Und das Allerwichtigste ist aber in diesem Bezug, dass man den Menschen, die betroffen sind von Rassismus, zuhört und dass man den Glauben schenkt, wenn sie erzählen, was ihnen im Alltag passiert. Weil wenn wir die Gesellschaft ändern möchten, müssen wir das tun und einen großen Beitrag dazu leistet auch unsere Sprache. Und dafür müssen wir die Sprache auch anpassen und ändern. Jetzt war das natürlich wirklich einfach nur eine ganz kurze Zusammenfassung von diesem Thema. Das ist aber so ein spannendes Thema, dass ich jedem dazu raten möchte, sich da weiter zu informieren. Es gibt sehr viele Bücher, Hörbücher, unter anderem auch auf Spotify. Zum Beispiel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören möchten, aber wissen sollten. Wir haben auch ganz am Ende der Folien eine Zusammenfassung mit Quellen und mit Empfehlungen von uns. Die Folien können Sie auch am Ende kriegen, wenn Sie sich bei uns melden und dann können Sie das da alles nachlesen. Aber eine ganz klare Empfehlung von mir, sich da noch ein bisschen weiter mit zu beschäftigen. Und damit gebe ich jetzt weiter an meine Kollegin Sylvie, die über antisemitische Sprache spricht. Wir sitzen im selben Raum, deswegen müssen wir aufpassen, wer sich stumm schaltet und wer nicht. Genau, mein Thema ist die antisemitische Sprache. Und da können wir gleich zur Definition springen. Die habe ich auch total stark vereinfacht, aus dem Duden entnommen, weil da gibt es, glaube ich, eine ganze Wissenschaft für sich, wie Antisemitismus definiert werden kann. Aber ich nehme es jetzt einfach mal als Abneigung oder Feindschaft gegenüber den Juden so hin. Das reicht jetzt für unsere Zwecke. Das ist 1879 aufgekommen, eigentlich aus der pseudowissenschaftlichen Rassenlehre entstanden, als der Wunsch aufkam, das Jüdische von der Religion zu entkoppeln, weil die Religion kann man ja einfach ablegen. Deswegen musste das eben für diese pseudowissenschaftliche Rassenlehre auch mit der Rasse verhaftet werden. Genau, können wir zur nächsten Folie schon. Ich möchte jetzt auf die Sprache eingehen und da kommt natürlich das Jüdische vor. Und hier haben wir ein paar wunderbare Beispiele von 2015 von den europäischen Makabi-Spielen. Das ist so eine Art Olympiade für Juden, die in Berlin stattgefunden hat 2015. Und die spielen ganz bewusst mit diesen Begriffen im Jüdischen. Ich weiß nicht, ob man es so gut lesen kann. Auf dem ganz links steht, bei Gold werden alle Mischukke. Dann in der Mitte die schnellste Ische Europas. Und rechts die ganze Mischpoke ist am Start. Und auf die einzelnen Wörter aus dem Jüdischen da gehe ich auf der nächsten Folie dann ein. Genau, es gibt nämlich gutes Jiddisch und schlechtes Jiddisch. Hier sind erstmal Beispiele für gutes Jiddisch. Und zwar ist gutes Jiddisch at face value gebraucht. Das bedeutet, man kann auch sagen, auf Augenhöhe oder eben genau in der Bedeutung, wie es im Jiddischen auch verwendet wird. Also es gab keine Verschiebung in der Bedeutung. Da haben wir jetzt die Beispiele Tacheles. Das ist einfach nur Klartext im jiddischen Gebrauch, wie im Deutschen auch. Ein Schlamassel von Deutsch schlimm und Hebräisch Massa Glück bedeutet einfach Unglück. Dann Koscher, was übrigens keinen religiösen Mitklang hat, sondern einfach nur ordentlich oder in Ordnung bedeutet, wird im Deutschen genauso verwendet wie im Jiddischen. Meshukke bedeutet einfach verrückt. Wer jetzt bei meiner Kollegin beim Ableismus aufgepasst hat, der weiß, dass man da auch besser umschreiben sollte. Vielleicht bei Gold flippen alle aus statt Meshukke. Aber es ist ein anderes Thema. Dann Chuzpe ist einfach die Dreistigkeit im Deutschen Gebrauch wie im Jiddischen. Der Ganove ist der Gauner von Hebräisch Ghanav Dieb ist auch wirklich eins zu eins verwendet und sowas wie Schmiere stehen von Hebräisch Schmierer Bache ist eben auch einfach genauso verwendet, wie es im Jiddischen auch verwendet wird. Und das wertet ja dann auch eine Sprache auf. Und da kann, also es ist ja auch schön fürs Jiddische, dass sich da das Deutsche so bedient. Und genau, dann auf der nächsten Folie kommen wir eben zum schlechten Jiddisch. Und zwar sind es eben alle Wörter, die nicht at face value gebraucht werden, sondern in irgendeiner Weise eine Bedeutungsverschiebung mitgemacht haben, eine negative Konnotation, also eine unterschwellige Bedeutung mitbekommen haben, allein aus der Tatsache, dass die Wörter aus dem Jiddischen stammen. Also Ische bedeutet im Jiddischen einfach nur Frau oder Braut, wird aber im Deutschen abwertend verwendet, würde auch niemand direkt zu einer Frau sagen oder auch zum besten Freund sagen, kommt deine Ische auch. Das würde man einfach nicht tun. Das ist so ähnlich wie im Deutschen zu sagen Makau. Also ja, ist einfach abwertend. Dann Mischpoke wäre das nächste Beispiel, bedeutet ganz, ganz unschuldig, Familie im Jiddischen wird bei uns aber irgendwie anrühchig gebraucht, sinister, dubios. Das ist irgendeine Gruppe, die was im Schilde führt. Gerne im Politiker-Kontext, sowas wie Angela Merkel und ihre Mischpoke. Da ist natürlich nicht die Familie von Frau Merkel gemeint, sondern ihr Kabinett oder ihre Partei oder irgendwelche Geschäftspartner, was weiß ich. Also auf jeden Fall nicht die Familie. Deswegen ist es auch nicht in der ursprünglichen Bedeutung und damit schlechtes Jiddisch. Dann haben wir noch Schachern als Beispiel, bedeutet handeln, ist aber abwertend gemeint, immer handeln wir ein Jude, also irgendwie Verbissener oder der Jude, der gibt nichts her, ohne zu handeln, so ungefähr. Deswegen auch schlecht, man würde es nie in der ursprünglichen Bedeutung von einfach nur handeln verwenden. Dann kommen wir zur nächsten Folie, was man nie sagen sollte. Das ist Mauscheln. Das ist vermutlich aus dem 17. Jahrhundert abgeleitet von der jüdischen Form, vom Vornamen Moses, also Mosche. bedeutet reden wie ein Jude und ist analog zu dem Wort etwas Türken, also etwas Fälschen, Fingieren, einfach nur abwertend, auch wenn die Herkunft vielleicht nicht zu 100% belegt ist, schwingt es immer mit, auch so wie es eben verwendet wurde und das sollte man einfach vermeiden. Und ich gestehe, ich habe das vor, ich glaube, es ist nicht mal ein Jahr her, dass ich das wirklich, dass mir das bewusst gemacht wurde von einer Kollegin und man liest es auch noch überall, sowas wie Mausche Leibergericht, man muss mal darauf achten, in der Presse oder neulich erst in Romanübersetzungen gesehen aus dem Englischen, das wird einfach noch stark verwendet, aber wenn man mal darauf achtet, dann kann man es vermeiden. Dann kommen wir zur nächsten Folie. Das habe ich jetzt mal ein bisschen provokativ als Judenwörter bezeichnet und schon zuckt man irgendwie so ein bisschen zusammen, weil es ist einfach, ja, gewisse Wortkombinationen und Komposita, die funktionieren nicht im Deutschen, weil sie einfach so negativ behaftet sind. Als Beispiel vielleicht, es gab in den Ende der 90er gab es einen Shitstorm, weil eine Journalistin den britischen Außenminister Rifkind als Jude, der Jude Rifkind benannt hat. Da ging es auch um Luther, ein bisschen was, um Zitate, kann man im Netz nachlesen. Da haben sich alle drüber echauffiert, dass das nicht geht. Man musste sich entschuldigen und so weiter, obwohl es lexikalisch eigentlich vertretbar ist, war es dann doch naiv, das so zu gebrauchen, weil es nun mal im Deutschen nicht funktioniert, weil es zu einstudiert oder gelernt negativ rüberkommt. Und vor allem im Nationalsozialismus eben abwertend gebraucht wurde und man kann es einfach auflösen, wenn man einen Relativsatz macht, hier zum Beispiel Rifkind, der jüdisch ist. Also sollte man wirklich vermeiden. Und dann Komposita, alle Komposita, die werden abwertend aufgenommen, wenn das Jude vorangestellt ist. Also hier Judenmusik, Judenschule, Judenfriedhof, Judenhut. Allerdings muss man sich mal kritisch selbst hinterfragen, wenn wir sagen, wir kommen aus der christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft. Wenn wir jetzt Katholikenschule sagen würden, statt katholischer Schule, dann hört sich das auch abwertend an. Also gilt es auch zu vermeiden. Genau. Dann gibt es noch eingedeutschte Begriffe, die eben zum Beispiel Feste aus dem Jüdischen bezeichnen. Und auch das sollte man aus zwei Gründen nicht verwenden, weil man sieht hier, das eingedeutschte ist Sabbat statt Schabbat, Passah statt Pessah und Hanukkah statt Chanukkah. Das wirkt immer so, als hätten die deutschen Begriffe einen gewissen Anspruch auf geistige Oberhand, eben durch diese Eindeutschung. Irgendwie so, wie wenn nichtjüdische, christliche, geistige oder ReligionslehrerInnen übers Judentum dozieren, so ein bisschen analog zu Mansplaining gibt es hier diesen Begriff Goy-Splaining, wobei der Goy ist eben eine Bezeichnung für den Nichtjuden. Also es kommt immer so besserwisserisch rüber bei den jüdischen Menschen und sollte man nicht tun. Und der zweite Grund ist eben, es tut auch überhaupt keine Not. Im Deutschen kommen wir phonetisch absolut klar mit diesen jüdischen Bezeichnungen. Das wäre jetzt im Englischen ein bisschen schwieriger, zum Beispiel mit Schabbat, die haben da zum Beispiel Passover draus gemacht als Übersetzung und also für Pessach, ach, habe ich Schabbat gesagt? Nee, ich meine für Pessach haben sie Passover gemacht als Übersetzung, weil es im Hebräischen eben vorüberschreiten heißt und dann passt das auch wieder. Das kommt dann nicht so erklärerisch und von oben herab rüber wie eben diese Eindeutschungen. Genau, dann die nächste Folie. Ah, ja, falsche Synonyme gab es auch schon hier beim Rassismus gibt es für die antisemitische Sprache auch und zwar semitisch zu verwenden für jüdisch, das geht nicht, weil wie schon gesagt, das entstand eben da um 1879 aus der pseudowissenschaftlichen Rassenlehre. Es ist eigentlich aus der Sprachwissenschaft entlehnt und bezeichnet eine nordafrikanische Sprachfamilie, die aber auch unter anderem Arabisch, Aramäisch und Hebräisch beinhaltet. Also sprich, das würde auch Araber und Aramäer bezeichnen, zielt allerdings nur auf Juden ab, kann man einfach nicht gleichsetzen, möchte sich auch kein Jude als semitisch bezeichnen. Dann Israelitisch, das war der sogar selbst von, also war der jüdische Versuch im 19. Jahrhundert, das negativ stark behaftete Jüdisch loszuwerden und durch ein unverbrauchtes Wort zu ersetzen, ist, was heißt gescheitert, hat nicht viel gebracht, wenn wir dann noch die Geschichte weiterverfolgen. Das taucht noch in sowas wie israelitische Kulturgemeinde, also auf und für so Eigennamen und es ist wie, also es wirkt wie antiquierte Eigennamen, was heißt es wirkt so, es ist noch zu finden bei antiquierten Eigennamen von Einrichtungen, wird aber zudem noch mit israelisch oft verwechselt, also würde man nicht mehr wählen. Auch diese Einrichtungen sind manchmal, benennen die sich um, manche führen es aus Tradition weiter, aber so ganz glücklich mit israelitisch sind die nicht. Genau, dann haben wir noch Mosaisch, das ist auch wieder aus dem 19. Jahrhundert und das war der Versuch analog zu Christus christlich eine Bezeichnung zu finden, übrigens auch um diese Zeit auch Mohammed, Mohammedanisch entstanden und der Maßstab war eben die eigene christliche Perspektive, ja, der Versuch von Christen eben ein Wort zu finden, was das jüdische und das islamische im Übrigen auch angleicht an die eigene Religion und das ist nicht respektvoll, deswegen auch nicht als Synonym zu verwenden. Dann habe ich noch eine Folie mit Sonstigem. Sarah? Genau, das ist glaube ich bekannt, Reichskristallnacht war zumindest vor 25 Jahren in der Schule schon so, dass man das nicht sagen soll, man sagt eben Novemberpogrome oder Pogromnacht, da muss ich nicht weiter drauf eingehen. dann hier Bruch rechnen mit Menschen, also Halbjude, Vierteljude, das wird von Juden selbst überhaupt nicht gebraucht, entweder man ist Jude oder nicht, ganz oder gar nicht, es war eigentlich nur zur Hitlerzeit gebräuchlich bei den Rassegesetzen und sollte deswegen vermieden werden. Man kann zwar sowas sagen wie ich bin Halbkroatin oder so, aber das ist eben nicht historisch aufgeladen, deswegen Halbjude, Vierteljude nicht verwenden. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, kodierte Begriffe zu verwenden, die für sich gesehen, so wie Ostküste oder Hochfinanz, nicht antisemitisch sind, aber eben im Kontext, wenn sie einfach die Juden meinen, in so verschwörungsmythischen Kontext antisemitisch gemeint sind. Genau, hier muss man aufpassen, dass immer der Kontext Ausschlag geben. Und zum Schluss noch Altes Testament, Neues Testament. Ich als christlich sozialisierte, weiße Frau habe mir da auch noch keine Gedanken gemacht, aber es ist natürlich absolut der christliche Standpunkt. Und wenn man neutral was zum Alten oder Neuen Testament sagen will, muss man eben sagen, die Bibel, Bezug nehmen auf die Bibel. Und damit bin ich auch durch. Genau, und dann haben wir noch kurz zum Schluss ein paar, eine Sammlung an Begriffen, die mittlerweile als diskriminierend gelten und welche anstatt dieser besser benutzt werden sollten. Aber die Liste ist jetzt nicht sortiert oder vollständig oder allgemeingültig und soll nur einen kurzen Überblick geben. Und viele, die in den sozialen Bereichen arbeiten, kennen die mit Sicherheit schon längst. Also zum Beispiel sollte man anstatt des abwertenden AsylantInnen eher Asylsuchende sagen. Illegale zum Beispiel gibt es nicht, weil Menschen einfach nicht illegal sein können. Stattdessen besser von Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung sprechen. Und zuletzt noch der Ehrenmord, der hat einfach nichts mit Ehre zu tun, sondern ist einfach ein Frauenmord oder Femizid und sollte auch als solcher bezeichnet werden. So, und damit sind wir dann am Ende unseres Vortrags und jetzt können Fragen gestellt werden oder vielleicht kann jemand über seine eigenen Erfahrungen berichten oder hat noch Anmerkungen, was wir vielleicht vergessen haben.